Der Server gibt es doch wahrscheinlich erst. Ich werde Admin. Ja, aber er weiß sowas nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Diese Inkompetenz, ne? Äh... Jedes Mal! Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück zu einer neuen Server Review mit Alex. Zu einer neuen Server Review, Server Review, ja. MinecraftGamingTV.minecraft-server24.de MC steht da. Kann ja auch für McDonalds heißen. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben heute einen Server rausgesucht, der wunderschön ist und da stand auch von zwei YouTubern. Deshalb gehe ich mal drauf. Ja, genau. Und die Rechtschreibfehler haben wir mal jetzt einfach übersehen. Jump and Run, es ist möglich. Okay. Es ist möglich, Bad Wars. Tower Region Play. Oh. Oh. Mach BW Leave, um zu lieben. Hä, wer ist da dieser App? Mr. Hero 0 1 auf einmal. Choose a team. Lass, äh, da. Was? Oh, Mr. Hero 0 1. Okay, ich will wieder raus. Kannst du hier raus? Hallo! Wer steht hier? Hier ist ein Online? Ja, Screenbox. Goll. Wer screenen will, macht TPA slash no. TPA. TPA. Ah, PLP. Dengan. Okay. TP accept. Toll. Hey. Ich will hier rein. Wie kann man denn da rein? Ich will screenen machen. Was geht? AdS Moderator. Warte, ich mach mal das Jump and Run. Das ist so glücklich, oder? Mini Village, okay. Was? Ja, steht da. Das geht nicht. Das geht nicht. Was geht? Nichts. Jump and Run. Guck mal, das ist nicht möglich. Oh, da gibt's Infos. Achso. Es gibt keine Infos. Oh, gibt keinen Fallschaden. Wow. Kann, Papier, LP, YouTuber. Aber die stelle Frage. In den letzten Server haben wir auch YouTuber gekriegt. Wie wird's? Danach einfach Leute anschreiben. Hey, ihr wart ja da. Jetzt habt ihr YouTuber. Donger, hey. Donger. Ich wollte auf jeden Fall nochmal dabei kommen. So ohne Fragen. Oh, du bist doch Mod. Was ist da unten? Ich guck mal unten. Nein. Das ist weiter Jump and Run. Doll. Aber das ist nicht möglich. Ach, das ist die Kuppel. Das ist nie möglich. Kann man hier raus? Das ist gleich Spawn. Doll. Oh, das Spawn geht auch nicht. Wow, wir kommen hier nicht mehr weg. Ehrlich nicht? Geht's nicht kill? Wir haben noch den Teleporter. Achso. Wow. Schade. Okay, wow. Das ist der absolute Burner. Information. Willkommen auf diesem Server. Die Regeln sind fast wie... Fragezeichen Barall. Also, keine Hacks. Nicht spammen. Nicht grieven. Alle Spielmodi gibt es. Als Spielmodi gibt es. So schreibt man auch Spielmodi. Bad Wars. Hey, schreibt man das nicht? Nein, ohne E. Okay. Rage-Mode und so. Viel spara Fragezeichen. Drei ausrufen sich. Spieler verstecken. Das ist unglaublich eklig. So scheiße. Das gibt es aber nur. Wir können Spieler verstecken. Boah, ich kann drei Spieler verstecken. Ich komme nicht mehr zum Spawn. Ich will ja weg. Was ist denn das für ein Scheiß? Oder vielleicht fliegen wir am Wasser hoch. Oder? Ah, das ist ein Lobby. Ja. Da kann man auch irgendwo mal hinschreiben, oder? Wäre mal eine Idee. Ich verstehe es nicht. Rage-Mode 6. Mini-Village. Sollen wir spielen? Ja, lass mal spielen. Okay. Bei einem Server haben wir ja schon mal Rage-Mode gespielt. Das war ja unglaublich kacke. Das hat ja nicht funktioniert. Ja, stimmt. Sollen wir irgendwas durch Start oder so? Oh. RM-Star? Agent. Ah, das ist der eine YouTuber. Starte mal Rage-Mode, bitte. Danke. Oh. Nee, geht nicht. Wir müssen jetzt erst auf nicht 45 Sekunden warten, bis es losgeht, oder? Ah, der kommt? Warte, der ist, der ist kommst. Ja, aber... Vielleicht kann er ja starten. Das wär's ja jetzt. Also, der hat doch kein OP-Recht. Stimmt. Oh, hier ist nix in der Lobby. Hier kann man auch nix machen. Weißt du, wer dieses Gebaute hier steht? Agent P1304 hat er gebaut. Das ist doch der, der YouTuber hat. Also, der YouTuber. Der YouTuber hat er... Der YouTuber hat er gebaut hier. Dem gehört das. Hey, das selber wird geleitet von Agent P. Ja, das ist doch der YouTuber! Der Opener? Ja. Der Opener. Ach, komm, noch 15 Sekunden. Das kriegen wir noch hin. Komm, go, go. Weh, das funktioniert auch wieder nicht. Hä, das... Hä, was für fünf Sekunden? Unten, äh, XP-Leiste läuft doch Zeit rum. Und mir steht 8, nur. Ja, jetzt ist es nur noch 5. 5. Jetzt. 4. 3. Oh, sogar mit Sound-Effekt, krass, Alter. Okay. Wow. Okay, wow. Oh, hä, wo sind die Pfeile? Das haben wir nicht, das funktioniert einfach auch nicht. Hier geht, das geht einfach auch nicht! Oh, ich hab mich getötet. Ha! Hä? Ach, ist am Längen wie Scheiße. LOL! 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 Ey, wir kommen hier nicht weg! Hä? Hä? Hab ich... Bin ich raus? Nein. Ich verstehe das Spiel nicht. Was? Immerhin funktioniert das. Boah, dieser Sound-Effekt, das sind schon krass, ne? Ah, jetzt sehe ich auch Pfeile. Ja, das hat eben geleckt. Das... Ah, nein! Junge, ich komm gar nicht klar. Hab ich einen getötet? Oh, dieses Spiel, ne? Ach du, sei! Hab ich dich getötet? Ja. Oh. Hat mir die Axt getötet? Ah, ich hab einen getötet. Das macht so viel Spaß hier. Hab ich dich getötet? Hä? Ich blick das Spiel gar nicht. Guck doch mal in den Chat, da steht doch, wenn du einen getötet hast. Ja, aber das sieht man nie richtig. Ach, fick dich, Alter. Macht einfach gar keinen Spaß. Ne. Na, stirb doch! Alter! Warum stirbst du nicht? Nein! Das ist... Achso, man hat ja gar nicht unendlich Pfeile. Also, doch, hat man. Aber sonst ist das nicht so, oder? Oder doch? Ach, ne, das war... One in the chamber. Sterbe doch, sterbe doch! Nein! Ich bin hier schon wieder gefangen, da oben. Alter, fick dich. Ah. Hab ich einfach getroffen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ja! Ich hab mich mit der Axt abgeworfen. Ja, dann bin ich zweiter. Oh mein Gott. Guck mal, selbst der Moderator ist mega schlecht, ey. Ja, der ist ja auch... Der muss halt ja eigentlich 24-7 durchsorten. Ne, der hat ja sonst keinen mit dem... Ach, stimmt! Bam! Und diese heftige Explosion, nimmer. Das ist... Ja, ja. Ich dachte schon, das wäre nur bei mir so, aber es ist schon... Okay, wow. Oh, da hab ich dich getroffen. Glaube ich. Glaub ich. Ja, hast mich schon hart genannt, das jetzt. Aber du hast auch 400 Punkte einfach. Hey. Hä? Was haben wir mich getötet? Wie lange wird denn dieses Spiel hier gehen? Hä? Lol. Oh. Oh. Ich braff gar nichts mehr gerade, Alter. Ich will nicht mehr. Ich check's auch gerade nicht. Ach, 2 Minuten 40 geht's noch. Okay. Yo, als ob wir jetzt noch 2 Minuten 40 spielen. Ich hab auch gar kein Mod mehr. Warte, kann man auch lieben? RM Leaf? Ah! Slash RM Leaf. Kannst du lieben? Okay. Slash RM Leaf. War schon... Ich hatte freiwillig gewonnen, aber... Oh. War jetzt schon kacke, ne? Oh, wo bin ich? Ich fahr runter. Ja, aber immerhin ging's, ne? Immerhin hat es funktioniert, ja. Also es war ein spielbarer Modus dabei. Ja, aber den kann man nicht alleine zu dritt spielen. Ja, also ich mein 6 Leute, wenn man nur 6 Leuten ist. Vielleicht nochmal eine andere Map, ein bisschen. Wir haben hier surft, keine Permissions für, leider. Da. Keine Permissions. Schade. Aber ich mein... Also ich will das mal loben jetzt an der Stelle, ne? Es gibt tatsächlich einen Modus, den man relativ vernünftig spielen kann, ja. Ja, was ist das? Bad Wars können wir nicht spielen, weil wir ja nur zu zweit sind. Ja. Und es regnet hier einfach. Oh, choose a team. Ich bin rot. Ne, blau. Ich bin blau. Blau. Okay. Okay, wir sind beide blau. Kannst du Bad Wars starten? Spielt aber gegen uns dann. Starten. Hä? Ja, warte, dann geh ich rüber. Nein. Hä, was? Was hier bei mir? Lass den rot alleine spielen einfach. Achso, ja. Wir machen den jetzt komplett zusammen platt. Wenn das überhaupt geht, wenn man das mit 3 Leuten spielen kann. Das ist... Doch nicht. Oh, man kann jetzt nicht geboxen. Ja! Ne, doch nicht. Ich kann ihn nicht geboxen. Lass ihn mal töten einfach. Lol. Lol. Nein, scheiße. Das hat jetzt ausgemacht. Oh, manno. Ja, genau. Ja, genau. Das ist doch öde jetzt. Okay, hier lief, gell. Starte mal das Spiel. Ich bin jetzt gegen den Spielen. Ach, schön. Also man muss echt sagen, wenigstens funktioniert es. Ja, aber sonst... Also das... Ja, ja... Ja, ey. Toll. Ja, genau. Wenn wir gegen den Bad Wars spielen, fliegt der Vertreter von Söder, dann baut das Bett kaputt und geht wieder. Ich möchte spielen... Hallo? Was ist mit dem? Ah, der ist wieder hier. Soll ich den jetzt boxen? Ne, schade. Der soll in Rot gehen und loslegen. Tja. Ja, der ist schon sehr aktiv. Ne, der schreibt auch sehr viel. Starte mal. Oder schreib mal. Oder schreib mal. Okay, er ist in den ersten Team Rot gegangen. Ja, okay. Das ist cool. Aber ich bin blau, oder? Ja, wir beide sind blau. Okay. Aber irgendwie reagiert er nicht. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen Brain-Affkar. Äh. Äh. Hallo. So macht er so. Äh. Hallo. Äh. Hallo? Spam jetzt? Oh. Jetzt hat er high geschrieben. Ja. Was ist denn, ey? Toll. Ja, aber mehr kannst du ja auch nicht machen, außer dieses wunderbare Jump'n'Run, was ja möglich ist. Ja, Bad Wars geht scheinbar nicht, weil er das Spiel nicht startet. Alter, wie lange ist denn dieses Jump'n'Run, was hier unten ist? What the fuck? Wo denn? Ja, ganz unten, wo wir am Anfang waren. Wo kommt man dann hin? Ich verstehe es nicht. Du musst hier runterhüpfen. Ja, und dann? Dann hast du hier das Jump'n'Run. Ja, was habe ich dann davon? Keine Ahnung, nichts. Es ist möglich, deswegen. Hier runter? Ja, da musst du Jump'n'Run, das ist ja hier. Es ist möglich. Hä? Wo ich sehe kein Glas. Achso, das Ganze ist unsichtbar bei mir. Ich sehe kein Glas. Das Ganze ist unsichtbar bei mir. Ja, aber vielleicht wegen Connected Textures, das gehe ich mal von aus. Ja, wo muss ich hin? Ja. Oh. Oh, nee. Och, nee. Das ist Spielspaß pur. Ja, ich würde nichts anderes machen, außer hier Jump'n'Run zu spielen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Bitte wegen sowas nur auf den Jump'n'Run. Ach, äh, kann man auch spenden? Mal gucken. Wir brennen uns ja auch nur hinterher, der schreibt ja nicht mal irgendwie. Es gibt Falschein. Oh, er ist gestorben. Bei mir hätte Game Mode doch, oder? Wie viel? Und was bekommt man? Da antwortet er direkt, ne? Ja, da, da geht's ja auch um was her. Ich bin gespannt. So. Du bist doch Mod. Oh. Don't ride with cap lock switched on. Was kannst du eigentlich? Junge, die ganze Zeit sagen, frag den Owner, frag den Owner. Ja, was ist das denn? Der ist seit zwei Stunden, Alter. Warum bist du dann überhaupt Mod? Ey, das gibt's doch nicht, ey. Der ist seit zwei Stunden Mod. Oh, der Jump'n'Run ist schwer. Oh. Das gibt's doch wahrscheinlich erst. Ich werde Admin. Ja, aber er weiß sowas nicht. Ich hab keinen Wort. Diese Inkompetenz, ne? Weil... Jedes Mal. Aber du kannst von nix. Oh, man. Der kann... Der weiß gar nichts. Und ist Mod. Aber er wird Admin. Und wird Admin. Was hast du denn? Weil du... Oh, man. Der kickt mich eh. Weil du keine, meine Freunde, bei den Pfoten kannst, ey. Der kickt mich eh. Soll ich dir zeigen, was ich kann? Zeig bitte. Bitte zeig, was du kannst. Du, danke. Jetzt kommt... You are kicked from the server. Huchensohn. Weil diese geilen Begründungen. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Sonne genau in dem Kreis sich befindet von der Kuppel. Achso, ja. Aber die Kuppel ist auch mega mit der Hand gebaut, geh ich mal davon aus. Ja. Bin erst... Bin erst gestern auf dem Server und heute Modcon. Geil, Alter. Dann können wir ja morgen schon Admin sein, wenn wir hier bleiben. Hier ein bisschen spielen. Aber was sind deine Qualifikationen? Deine Qualifikationen. Ich war gleich so, hör, was für ein Qualifikation? Ja, ich erwarte es schon. Ich habe ein bisschen Angst vor dem... Achso, das hast du geschrieben. Das war ich jetzt. Ich habe jetzt gedacht, ja, der fahrt das ernsthaft. Das ist voll langweilig, ich habe einfach nur an der Kuppel lang. Nein, das macht Spaß, halt die Schnauze. Das macht genauso viel Spaß, wie die Raid-Mode hier zu spielen. Du erkennst den Spielspaß nicht. Achso. Ach, das ist doch echt ranzig, ne? Hä? Ich wurde weggeportet. Oh, ich auch. Nice. What the fuck? Geil. Okay. Da wurde uns der Spielspaß genommen. Oh, mir fliegt gerade eine Fliege durchs Bild. Ui. Alter, wo? Ich wollte nicht Mod... Ich wollte nicht Mod werden. Du Armer. Mein Beileid. Boah, geil. Guck mal, was das ist. Jetzt errt er sich noch. Ey, Leute, ne? Siehst du das? Andi Owner unter euch, wenn ihr so einen Dreckserver habt, ne? Dann stellt doch nicht noch so dumme Leute als Mod ein. Oh. Hui. 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 Toll. Warte. Achso. Hui. Warum? Warum? Ich will nicht mehr. Ah, er macht Glas kaputt. Achso, er hat es wieder hingemacht. Schade. Schade. Er ist unsichtbar gemacht. Der ist aber so ranzig, ne? Der ist mega kacke. Aber wie jetzt hat das Spiel funktioniert. Möchtest du die Abmoderation machen? Mal gucken. Vielleicht möchte er. Dann kann er nochmal. Oh. Nein, jetzt lenke ihn nicht mit zwei Fragen ab, sonst ist er aber erfordert. Ja, aber der muss doch mal seine Quali... Was? Nichts? Warum ist er ja schon wieder falsch angestorben? Ich frag ihn davon nochmal. Er kann sich nur auf eine Sache konzentrieren. Ach, er aufhört man nach... Achso, was machst du den ganzen Tag hier? Nichts. Hey, du? Okay. Ja, muss ich ja dann, ne? Oder ich mach's. Ja, mach du einfach. Okay. Also ich hoffe, euch hat dieser wunderbar... Der macht der Täti einfach Glas hingesetzt. Ist dir das aufgefallen? Nein. Siehst du das nicht? Nein. Hier, da. Das ist doch neu. Achso, damit man hier rumjumpen kann. Ja gut. Also wie gesagt, wenn euch dieser Server gefallen hat, dann seid ihr ein bisschen doof. Ja. Und wenn ihr noch mehr solcher coolen Server sehen wollt, dann könnt ihr ja mal ein Däumchen nach oben da lassen. Oh ja. Und auf meinem Kanal vorbeischauen. Ganz uneigennützig. Schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Der ist viel besser. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.